Ja, ich bin der Wilmer Werner und komme aus Lofa und habe da im Geschäft in St. Hörn herinten den Innenausbau eigentlich geplant. Da ist der Markus zu mir hergekommen und gefragt, er hat da einen neuen Lohn in St. Hörn und ob wir uns das miteinander anschauen dürfen und dann gesagt, ja, freilich. Da sind wir einmal rumgefahren, haben uns das angeschaut und haben miteinander ein bisschen Ideen entwickelt und haben uns das durchgekriegt und danach habe ich das noch einmal auf Papier gebracht. Eine Herausforderung, wir haben sich während der Planungen ein paar gegeben und während des Baus noch, aber schlussendlich mit einem guten Team noch, einen Handwerkern und einen Bauherrn, der eigentlich auch genau weiß, was er will, mit der Meindl Bekleidung verbindet mich, durch das, dass ich mit Markus sein Cousin eigentlich miteinander auf die Jogd gehe und durch den Lukas hat sich eigentlich noch das auch mit Markus ergeben. Die Jogd macht einen wesentlichen Teil aus, ja, oder durch das sind wir zusammengekommen, weil auch die Interessen dahingehend die gleichen sind und die Ansichten.